Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, wirklich sehr sehr schön. Qualität toll. Der Preis ist somit auch absolut fair. Meine Tochter trägt ihn unheimlich gerne. Und er sieht angezogen einfach klasse aus. Werden ihn zum nächsten Winter hin sicher nochmal kaufen, dann natürlich entsprechend größer. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.